Hallo, mein Name ist Jesper Haag und ich komme aus der Nähe von Hamburg und bin 20 Jahre alt. Ich bin seit dem September 2021 dualer Student bei der C-Pro-Gruppe und studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Ich möchte euch erzählen von meiner Tätigkeit bei der C-Pro-Gruppe und welche Vorteile ein duales Studium bietet. Durch das duale Studium bei der C-Pro-Gruppe ist man in der Lage, schon im jungen Alter viel Erfahrung mit komplexen Projekten zu sammeln und damit Praxiserfahrungen zu erlangen neben der Theorie der Hochschule. Außerdem lernt man unter anderem Verantwortung zu übernehmen, eigenverantwortliches Arbeiten und seinen Arbeitsalltag zu strukturieren. Auch das Plan von Geschäftsreisen gehört zu der eigenen Verantwortung, denn auch junge Kollegen werden schon mit zu den Projekten genommen und haben direkten Kundenkontakt. Zu der Arbeit bei der C-Pro-Gruppe gehört auch mobiles Arbeiten. Das heißt, es ist möglich, von zu Hause zu arbeiten, sodass man nicht immer ins Büro oder zu einem Kunden fahren muss. Für mich ist das auch ein wichtiger Punkt, weil ich dadurch das Pendeln nach Hamburg einsparen kann und mehr Flexibilität in der Tagesgestaltung habe. Ein weiterer Punkt für das Studium ist auch die feste Ausbildungsvergütung, das eine gewisse Unabhängigkeit ermöglicht. Abhängig von der Einarbeitung und dem Wissenstand ist es auch möglich, darüber hinaus durch Supportfälle oder andere kleine Aufgaben zu übernehmen und dadurch sich noch einen gewissen Extraverdienst zu sichern. Im Morgen starte ich meinen beruflichen Alltag erstmal mit einem Kaffee. Währenddessen schaue ich meine Mails durch und fange an, meinen Tag zu strukturieren. Die freie Zeit zwischen den festgesetzten Terminen mit Kunden oder Kollegen billige ich für mich mit anstehenden Aufgaben bzw. Problemen. Falls ich bei der Bearbeitung auf Probleme stoße und nicht weiterkomme, so melde ich mich bei meinen Kollegen, die einem stets helfen. Einmal wöchentlich gibt es meist einen Statustermin, in dem alle Teammitglieder eines Projekts teilnehmen und rückmelden, was erledigt wurde und was noch ansteht. Die Herausforderungen im dualen Studium bei der C-Pro-Gruppe liegen natürlich bei jedem an unterschiedlichen Stellen. Für mich persönlich war es sehr viel Input an Informationen zum Start der Ausbildung als SAP-Consultant, da ich zuvor noch keine Biorierungspunkte mit der SAP-Welt hatte. Für manch anderer könnte es herausfordernd sein, seine Zeiten richtig zu organisieren, denn es ist bei der Arbeit nicht wie in der Schule, dass die Zeit in Form von Stundenplänen für einen organisiert wird, sondern alle Probleme und Aufgaben sind immer an eine Frist gebunden und man selbst muss sich die Zeit einteilen. Manche andere könnten Probleme haben mit der mobilen Arbeit, aber da alle Kollegen immer freundlich und hilfsbereit sind, lässt sich stets eine Lösung für alle Probleme finden.